Meine Damen und Herren, grüß euch zusammen. Wir sitzen hier in Kernerried am Rand von einem Schwingplatz und neben mir ist der König, Matthias Sembach. Matthias, herzlich willkommen. Danke, dass wir zu deinem Trainingsplatz einmal kommen dürfen. Einer von deinen Plägen ist jetzt aber heute bei den Trainings so. Der König ist verletzt. Wie geht es dir? Ja, es geht mir eigentlich sehr gut. Die Verletzung geht es gut, das ist am besseren. Ich kann am 29. Juli die Schraube rausnehmen und dann sollte sich der Berg aufgehen. Was ist jetzt genau passiert eigentlich? Ja, es war eine Bänderverletzung im Fuss, also ein Deltaband, ein Mosenband und der kleine Bruch eines Knochen und das hat mich jetzt geflickt und jetzt geht es vorwärts. Es ist eine halbe Medizin, du hast all diese Fachausdrücke drauf. Du hast, wenn man eigentlich deine Karriere anschaut, bis er immer Glück hatte, eigentlich mit den Verletzungen und jetzt kommt es gerade so kreisdick. Und ich würde jetzt mal die These wagen. Immer in einem Zwischenjahr, wenn es dann schon hätte passieren müssen, hätte es fast nicht idealer sein können als jetzt. Ich glaube, als Sportler schaut man das nicht ganz so an, aber es ist sicher so lieber Heurenverletzung als nächstes Jahr, aber am liebsten hat man nie Verletzungen. Aber du hast es gesagt, ich habe immer Glück gehabt, ja bis jetzt ehrlich nie etwas Schlimmes gehabt, nie müssen ein Kranzfest verletzungsbedingt aufgeben. Von daher, ja, habe ich jetzt den Kopf nicht absolut hängen. Wir schauen vorwärts, haben es akzeptiert und ich hoffe, dass ich in Zukunft auch wieder verletzungsfrei bin. Jetzt läuft natürlich die Saison. Du siehst, dass deine Kollegen zuschauen und man hat ja gesehen, Anfang der Saison, als du noch gesund warst, hast du auch zugeschlagen, hast gezeigt, du bist der Chef im Ring. Bist du ein wenig ungeduldig, jetzt tut es ein wenig weh, zuschauen. Oder kannst du überhaupt zuschauen? Ja, zugeschaut habe ich einfach einmal richtig, das war im Innern Schweizerischen. Bis jetzt habe ich mich zu Hause still gehabt, natürlich auf den Live-Ticker verfolgt, habe Zeitungen gelesen und vielleicht schon Nacht dabei gewesen, aber halt nicht live im Fest, weil ich wäre nicht wohl, sitzen in den Krücken, an die Schwingfests zu gehen, nein, in die Leute rein, darum bin ich zu Hause geblieben und vielleicht werde ich noch ein bis zwei Schwingfests besuchen, aber sonst werde ich mich sicher zu Hause stillhalten. Jetzt hat das auch einen Vorteil, du kannst dich um deinen Sohn kümmern, hast du wahrscheinlich in den letzten paar Wochen, seit der Verletzung, ein wenig hüten dürfen, oder? Ja, es ist ja so, ich bin sicher mehr daheim gewesen als sonst. Und das ist sicher, ja, vielleicht jetzt das Positive gewesen aus dieser Verletzung. Und ja, vor allem am Morgen konnte ich viel Zeit mit ihm verbringen und das war schön. Aber geschwungenheit er noch nicht, Bodenkämpfe. Boden kämpfen wir langsam an, er ist jetzt siebeneinhalb Monate. Und ja, langsam kann man schon ein wenig mit ihm schwingen. Jetzt, ähm, die Saison läuft. Es ist eine Saison, wo Bergfeste natürlich jetzt wahrscheinlich eher in den Vorderrund rücken, weil keine grosse anderen Feste sind. Ähm, die Bergfeste, haben die eine gewisse Faszination für euch Schwinger? Ja, für mich teile ich, jedes Fest ist etwas Spezielles und etwas Schönes. Aber die Bergfeste sind eigentlich in den Bergen. Schon das ist speziell und etwas Schönes. In Natur aus, nicht irgendwie in einem Quartier. Also es ist nur eine Voraussicht, wenn morgen, wenn man zu diesem Fest herfahrt, ist es natürlich etwas Spezielles und etwas Schönes. Und an sich haben sie natürlich hohe Stellenwert. Also wenn man so einen Bergkranz macht oder eben ein Bergfest gewinnen kann, dann ist das eigentlich ein schöner Erfolg und macht ihm schon stolz. Und, ähm, es ist auch so, dass eigentlich immer nur die besten Schwinger an diesen Bergfeste sind. Die Selektion ist hart. Also es kann lange nicht jeder so einen Bergfestkampf. Von daher macht es die Sache schon spannend und sicher auch die Kämpfe. Man kann eigentlich fast sagen, jeder Kampf ist interessant und die Spitze ist vor Ort und das macht die Bergfeste so speziell. Also, äh, alle die Bergfeste mal gewinnen können, in einer Saison, das ist, glaube ich, in meiner Sicht noch keinem gelungen. Du hast mittlerweile, wenn ich das richtig sehe, glaube ich, fünf Bergfeste gewonnen. Dreimal den Weissenstein, seit der Kranzfest ist, Brüninger zweimal. Äh, es sind da noch so ein bisschen Schwägel-Alp-Stoss und die anderen Sachen eigentlich noch für dich, äh, wichtig. Ich glaube, ich habe ja sechs gewonnen. Aber, äh, nicht so schlimm. Du bist recht schwarz, sagst du dabei, sorry. Das wäre schon ein schönes Fest gewesen. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Ziel, ja. Es ist egal, da bin ich schon einmal nah dran gewesen, habe zwar dann im Schlussgang verloren. Stoss und Regi bin ich noch nie im Schlussgang gewesen, die habe ich ja einfach je einmal besucht, also noch nicht manchmal. Ich durfte den Kranz gewinnen. Aber ja, das bleibt sicher ein Ziel, aber ob ich es dann arbeite, das weiss ich natürlich nicht. Man wird sicher auch nicht mehr manchmal die Chancen bekommen, als jetzt ein Stoss. Ja, wie gesagt, bin ich einfach einmal gewesen. Vielleicht kann ich in meiner Karriere noch einmal gehen. Und sonst, äh, ist es halt so. Ja, man muss ja vielleicht sagen, für die Leute, die jetzt da, äh, den Schwingen auch nicht so intim kennen. Man kann nicht einfach an jedes Bergfest gehen, sondern, äh, da wird also genau von den Verbänden zuteilt, wer dann mal da auf Gast sein oder so. Ja, das ist ja so. Ehrlich, die Bernschwinger, die dürfen alle Jahre eine Brünnig und eine Schwarzäde, Nordwestschweizer alle Jahre zum Beispiel einen Weissenstein. Und dann wird mindestens eins bis zwei Feste dann für die Bank zugeteilt. Und ja, ähm, jetzt ist eigentlich für mich schon verrückt. Weissenstein ist sehr viel nach von meinem Zuhause. Also 25 Minuten, dann bin ich in der Top, aber ich kann eigentlich das Fest nicht alle besuchen. Darum, äh, freue ich mich auch umso mehr, wenn es auch wieder in einem Jahr möglich ist, das Fest zu besuchen. Und Weissenstein ist für mich das Fest, wenn ich es besuchen kann, immer auch besuchen. Du hast gesagt, es ist auch nahe, aber was macht der Weissenstein für dich aus? Also ich muss sagen, jedes Bergfest ist schön. Jedes ist speziell. Und was mir im Weissenstein-Schwingen gefällt, ist, dass es, ähm, dass es eigentlich so, dass man viel Platz hat. Zum Beispiel im Brünnig ist man sehr eingegangt und im Weissenstein ist das gleich das Gegenteil. Also da hat man wirklich sehr viel Platz. Nicht nur die Schwingen, auch die Zuschauer. Man ist auf eine Art immer so ein bisschen frei, wenn man den Tuch fährt. Das ist gleichwohl alles arrondiert. Und, ähm, ja, für mich ist es halt vielleicht auch noch speziell, weil es wirklich das nächste Fest ist von mir. Ich habe gesagt, 25 Minuten, äh, wenn es schwingt, fahre ich länger, ohne schwarze oder brünnig, reige Stosse. Von dem her, ich so von meinem Häuschen aus, wo ich wohne, sehe ich tiptop auf der Weissenstein, und ich glaube, das ist auch noch das, was es ein bisschen speziell macht. Also ein spezieller Feldstrecher am Samstag, um da noch zu schauen von zuhause. Habe ich jetzt noch nie gemacht. Nein, äh, der Soka ist eingespielt und bis jetzt, ähm, hat es mich noch nie gewungert und irgendwie Wunder genommen, als ich es jetzt hätte beobachten müssen. Jetzt, äh, äh, wenn du aber sagst, 25 Minuten von zuhause, es gibt Fests, wo man sehr, sehr weit reisen muss. Jetzt zum Beispiel ist in Genf auch nie ein grosses Fests gewesen. Und die fangen um halb in neun in der Regel an zu schwingen. Wie sieht dir der Plan aus, wenn du zu Genf unten hättest, hättest du antreten? Ja, wenn ich jetzt nicht geschwungen, wäre ich sicher am Vortag angereist. Und, äh, hätte er gesagt, dass man schon wach sein sollte, dass auch der Körper schlussend am Ende parat ist und, und, äh, nicht, dass man den ersten Gang verschlaft. Bist du ein Typ, der morgen hell wach ist oder sich irgendwie speziell wach machen muss? Ich denke, ich bin schon eher ein Typ, der eigentlich schnell wach ist. Ich denke, ich bin auch nicht unbedingt der Morgenmuffel. Ähm, zum Beispiel bei der Brütsch ist der eigentlich ein bisschen anders gewesen, aber ich bin immer eigentlich schnell wach gewesen. Jetzt, äh, der Weissenstein hat, äh, dieses Jahr, zum 64. Mal, wenn ich das richtig sehe, wird er durchgeführt. Seit 2000 ist das Ransfest. Die Berner Kollegen sind dabei. Schauen wir mal ein bisschen drauf, wer da könnte gewinnen. Du hast den Festführer vor dir. Ähm, hast du noch ein bisschen studiert, bevor wir angefangen haben zu reden. Was tippst du dir so? Ja, persönlich hoffe ich natürlich auf einen Berner-Sieg. Aber gleich denke ich, es ist offen. Von den Berner sind sicher ein Stück Bucke Christian, Sigitaler Matthias, Sembach-Thomas, Kämpf-Bernhardt. Ähm, so ein bisschen meiner Favorit, doch hätte er auch immer gefährlich werden. Ich denke, er hat, äh, eine Rechnung offen. Im letzten Schwingfest ist es ihm nicht so gut gegangen und ich denke, er wird, ähm, geickrig sein auf das Fest und ich traue ihm zu, dass er, ja, sicher bis den Schlossgang kommen kann. Von den Gästen, also aus der Südwestschweiz traue ich eigentlich keinem zu. Ähm, die brauchen vielleicht noch zwei, drei Jahre. Sie haben junge Schwinger, die nachkommen. Und bei den Nordwestschweizer ist ja Gittelbrau noch gut drauf. Das hat er im Innerschweizerischen gezeigt. Und der , äh, probiere ich, Christoph, sicher. Und da hast du auch einen Stall, den du machst, sicher fähig. Fähig, aus dem Bernbiet vorzuräumen, ja. Jetzt hast du den Käsar immer angesprochen, die sind ja quasi aufgewachsen nebeneinander. Du hast, glaube ich, zu seinem Vater aufgeliebt und der Sohn vom Adi Käsar schaut jetzt eigentlich zu dir auf. Das ist eine ganz spezielle Kombination. Er hat ja die Lehrabschlussbriefe bestanden, das geht auch ein bisschen weg jetzt, die Belastung. Und hast du diese Woche mit dem Velo auf einen weissen Stein? Hast du auch so Zeremonien oder etwas zwischendurch? Da bereite ich mich ganz speziell vorbereiten wie er und mit dem Velo auf einen weissen Stein fahrt? Ich bin eigentlich mit Adrian Käsar auf einen weissen Stein. Das war 2006, als ich dann mit 20 zuerst einmal das Fest habe gewonnen. Seitdem bin ich nie mehr gekommen, weil es mir einfach voll etwas streng gewesen. Aber, ähm, es war irgendwie abergläubisch, oder irgendwie ein Ritual, das ich jetzt irgendwie immer machen würde, wenn ich in ein Fest gehe, vor dem Fest, das habe ich eigentlich nicht. Aber vielleicht bringt es auch mir immer Glück, wer weiss. Hast du dir einen guten Tipp, gell? Nein, er ist selber draufgekommen. Jetzt, wenn du einmal sagst, so einem Fest, die Schwingen sind ja sehr nahe beim Publikum, sehr offen, es gibt nicht irgendwie eine abgesperrte Zone, die dort drin sind. Wie schwierig ist es denn so, sich zu konzentrieren? Jeder kommt eine Grüße sagen, wahrscheinlich jeder will auf die Schultern klopfen, wenn du ab dem Platz kommst, weiss ich noch Autogramm. Hast du für dich etwas so geschaffen, dass du sagst, du kommst irgendwo in einen Tunnel oder wie immer, wo du dich einfach konzentrieren kannst? Ich denke, es ist schon wichtig, dass man sich muss und kann konzentrieren. Aber man hat eigentlich in jedem Schwingfest die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und auch wenn man im Schwingplatz drin ist, wenn man eben über den Seil eingeht, dann hat man meistens schon die Ruhe. Aber es gibt immer wieder Leute, die reinkommen. Aber im Grossen und Ganzen klappt es eigentlich gut. Und die Leute wissen eigentlich auch, dass man innerhalb von diesem Seil eigentlich nicht viel zu suchen hat. Unter das klappt es eigentlich meistens. Und ich muss sagen, bin ich noch nie gross gestört worden in der Vorbereitung. Jetzt, äh, ein Zwischenjahr für dich, verletzungshalber auch. Es gibt eine gewisse Komfortzone. Du hast viel Erfolg gehabt, König geworden, du hast den Kirchberg gewonnen und so weiter. Manchmal kommt wahrscheinlich die Versuchung, ja, es ist ja gut gelaufen, aber man muss immer noch mehr Gas geben, so die Komfortzone können wieder zu verlassen, sich zu blogen. Ist das schwierig? Ja, ich denke, äh, ich denke, äh, ich denke, äh, ich denke, äh, gewisse Schwierigkeiten ist sicher schon dahinter. So Erfolge, ja, geben gewisse Zufriedenheit und dann muss man aber schon wieder, ähm, ja, neue Ziele stecken, dass man motiviert ist, hart zu trainieren. Und ich denke, das ist dann auch wichtig, dass manchmal jemand aus dem Umfeld, bei mir ist es der Trainer, Jean-Pierre Ecker, der mich manchmal wieder, äh, ein bisschen plagt und sagt, so Böschleli, es geht vorwärts und ähm, müssen weiterhin hart trainieren. Aber ich denke, es ist ja schon in mir selber drin. Oder bis jetzt habe ich ehrlich, nie irgendwie Motivationsprobleme gehabt. Aber es hat sicher schon der eine oder andere Moment gegeben, wo ich ein bisschen zufrieden bin gewesen und was mir gut getan hat, dass mir einer gesagt hat, so jetzt geht es vorwärts und ähm, musst wieder hart trainieren. Ja, wenn auch in Zukunft noch Erfolg hat, ja. Jetzt hast du Jean-Pierre Ecker angesprochen, das ist dein Athletiktrainer. Äh, du hast dich auch eine ganz bestimmte Person als Bezugsperson schwingtechnisch. Ja, habe ich eigentlich immer wieder gehabt. Ich habe eigentlich auch das Glück, dass wir im Schwingclub selber Leute haben, die ich immer wieder zurückgreifen kann. Aber in den letzten vier, fünf Jahren habe ich auch versucht, eigentlich meinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, möglichst an mir selber zu arbeiten. Und ich denke, an solchen eben schlecht ist das nicht gewesen, weil ich als Athlet spüre ehrlich, am besten, was zu mir passt und was nicht. Aber es ist ja so, dass ich auch immer natürlich wieder Leute fragen und ab und zu Leute auf mich zukommen und mir Tipp geben. Aber ich versuche ehrlich, meistens selber an mir zu arbeiten. Du sagst, es gibt ja Leute, die einem Tipp geben, aber du musst gut unterscheiden können. Eben, sind diese Tipps wirklich einfach etwas Wertvolles? Oder du hast dein Bruder, Stefan, der auch näher dir steht, ein Remo Käser und so weiter, der auch viel mit dir trainiert. Das kommt mir vor, wenn man es fest gewinnt, wird man ja meistens auf die Schulter gehoben. Macht man das eigentlich ab mit den zwei, die einen aufheben dürfen oder muss man einfach sicher gehen, dass der erste, der rein ist, bringt dich auf die Schulter. Wie geht das? Hast du eben, Stefan und der Remo sind eigentlich die beiden, die jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gesehen, dass sie die auf der Schulter gehören? Ja, das ist eigentlich schon etwas, was man abmacht. Jetzt zum Beispiel bei Eidgenössisch haben ja auch nur zwei in den Platz hinein dürfen. An sich auch an diesen Schwingfest sind eigentlich nicht viel mehr Leute zugelassen, als eigentlich die Zuschauer auch noch ein bisschen auf den Schwingplatz gesehen. Und an sich nimmt man natürlich Leute, die ihm nahe stehen. Leute, die man gerne hat und eigentlich auch Leute aus dem Club. Leute, die man zusammen trainiert, die man etwas verbindet und meistens, wenn der Bruder rum ist, nehme ich sicher ihn und sonst nehme ich jemanden vom Club. Und ja, mein Eidgenössisch ist auch mich für den Remond Cidreau. Der Remond ist auch einer, der jetzt das erste Mal in diesem Jahr einen König geschlagen hat, den Kilian Wenger. Also, der ist ein junger Burscht, 19 wurde jetzt, wenn ihr das richtig gesehen, vor ein paar wenigen Tagen oder Wochen. Das ist auch jemand, der nachgewachsen ist. Ja, ist es auch. Es ist schön. Ich denke, es ist wichtig. Also, neue Figuren nachkommen, die unseren Schwingsport prägen können, wo Fans und Zuschauer anziehen, wo den Sport attraktiv macht. Und er ist sicher jemand, der uns im Sport sehr gut tut. Ja. Es hat überhaupt, wenn man schaut, eigentlich ein Haufen Junge, die da jetzt kommen, Vicky und so, die Namen, wo man alles hat. Also, an den Talent fehlt es nicht? Ja, es hat vielleicht eine Zeit lang gefällt, wenn man vielleicht denkt, so nach dem Kilian Wenger mit dem Jahrgang 90. Ist eigentlich bis jetzt zu diesen 96ern keine grossfähig sein, als Favoriten konstantes Bein zu stellen. Und von dem bin ich eigentlich schon froh. Und ich denke, es tut auch dem Sport gut, wenn jetzt noch einmal wie Vicky Käser und Geiger nachkommen, die fähig sind, konstant zu schwingen und um die festen Ziegen mitzureden, ja. Jetzt, wenn man ein bisschen vorwärts schaut, nächstes Jahr, Titelverteidigung, etwas anderes kommt für dich sicher nicht in Frage, oder? Man würde sagen, ja, es lenkt mir, wenn ich den Kranz mache, das wäre nicht der Anspruch, den man hat als Titelverteidiger. Wann kannst du wieder richtig loslassen, dass kannst du sagen, jetzt kann ich voll wieder trainieren? Ja, ich weiss es selber noch nicht ganz. Ich rechne ehrlich, als wenn man die Schwingtraining im Klub aufnehmen, das ist Mitte Oktober, dass ich dann langsam wieder anfangen kann. In dieser Zeit tut man immer Technik üben und ich denke, ich rechne damit, dass ich mitmachen kann. Und ja, wettkampfmässig werde ich sicher im Februar zurück sein. Danke für das Gespräch, Matthias. Auf dem weissen Stein werden wir dich nicht sehen, wie ich dich recht verstanden habe. Da steht die Familie im Vordergrund, weil es wahrscheinlich ein bisschen mehr macht dazu zu schauen, oder wenn man doch selber gerne mitschwingen würde. Danke, dass du uns die Zeit gegeben hast, bei dir dürfen, ein bisschen vorbeizukommen auf deinem Trainingsplatz in Kärnerried. Und wünsche dir alles Gute und auf nächstes Jahr. Auf dem